Servus Freunde! Willkommen beim Limbecher. Ne, aus Gag. Servus Freunde, willkommen beim Limbecher. Heute haben wir hier eine schöne MV Agusta F4 1000R stehen. 195 PS, rein vier Zylinder, richtig heißes Teil. Erstzulassung 2015. Und ja, italienisches Design, muss man gar nicht viel dazu sagen. Schaut es euch selber an, genießt das Video, macht gerne eine Probefahrt mit uns aus und lasst euch beraten. Schönen Tag euch noch! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Vielen Dank.